Als Global Player hat Volkswagen 119 Fertigungsstätten weltweit. Unser Werk gehört seit Jahren zu den effizientesten Produktionswerken im Konzernverbund. 900 Motoren pro Schicht. Pullen ist ein verkehrsgünstig gut gelegener Produktionsstandort, guter Kostenposition und topqualifizierten Fachpersonal. Außerdem ist meine Erfahrung, dass Investitionsentscheidungen schnell und effizient durch die Investitionsagenturen und Behörden unterstützt werden.